Heute kommen wir zu einer neuen Vlog. Heute bin ich wieder dabei und ich wünsche euch beim normalen Vlog viel Spass. Wir sind gerade im Queer Wald ein bisschen rumlaufen und sind uns im Gedanken, über die bessere Videoqualität unserer Videos. Wir sind also im Überlegen zwei neue Kameras zu kaufen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr unsere Qualität findet und was wir verbessern können und was wir für Kameras kaufen können. Wir haben gesehen bei unserer YouTube-Analistik, dass 90% von euch gar keine Abonnenten sind. Also abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. In vier Monaten ist es schon so weit und dann gehen wir nach Amerika und dort wird es jeden zweiten Tag eine neue Vlog geben. Wir haben uns entschuldigen, dass nächsten Sonntag kein Vlog wird online kommen, weil Nico am Samstagmorgen früh ins Trainingslager fährt vom Fussball aus. Dafür wird am Sonntag in einer Woche ein richtig fettes, geiles Video rauskommen. Used Obviously более 0 du WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.